Wir sind live, das ist jetzt zu YouTube mal wieder ein Vlog. Ach so? Na ja, erzähl mal den Leuten was wir machen. Wein! Wir trinken mitten des Wein! Kreiswein von 99 Cent. Das packt. Was ist mit der Flasche? Einmal die Bolle rüber! Noch mal kurz bitte! Weiiin! 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 Schöner Elias Wein! Geil! Oh, ich komme! Schmeckt doch gar nicht mal so schlecht! Alles schmeckt gut, das Alkohol in er sich hat. Erzähl mal den Leuten was über den Lifestyle. Na ja, der Lifestyle ist ja nicht so schlecht. Ich habe ihn schon seit Monaten verfolgen. Der ist eigentlich völlig geisteskrank. Sex! Mit dieser Dame. Die lustige Dreier sind legitim mit dieser Dame! Wetterweg! Seiii! Seiii! Elias! 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 Na ja, was muss ich dazu noch mehr sagen? Das bin ich in 20 Jahren! Erzähl noch mal was! Nein, ich habe weniger eigentlich schon. Nein! Weiii! Oh, hier ist rauchen, du Sau! Oh nein, der Mindestwein ist runtergefallen! Was? Das Wein schmeckt scheiße! Spick dich ins Knie! Der Wein! Sie ist doch mal beim Gentleman für einen billigen Preis! Schmeißt du den Wein so weit weg? Ich schnall das gerade mal so! Ey, der Gentleman, der soll aber bitte erklären, was er für ein scheiß Problem mit mir hat! Ja, das fragst du mich aber irgendwie hoch! Er macht mich jedes Mal blöd, das ist ein übster Prolisser, wir haben so einen scheiß... Sind wir hier in Proliss? Sie sind wir gleich? Bleiben! Weniger Streitereien, mehr Wein! Weniger Gentleman, mehr Bernau! Mehr Sex! Mit Frau Bernau gewischt, Rassigen Dreier! Der nächste Verkehr mit Frau Bernau! Wein, 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 Wein! Wein, 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 Wein! Wir haben Rot und Wein! Wein! Los! Los, Bruder, los! Warte! Mit dir zu lachen, du Sau? Naja, es läuft! Wein! Dann trink doch mal mehr! Na, wartet doch mal! Jetzt mal das kleine Glas, komm! Nee! Dann werden wir lustiger! Junge, 80 Quadrat! 80 Quadrat! Eeeh... Wie sind Dresdner? In Carmen ist sie gegangen! Ja eben! Hinter damit, Ex jetzt ein kleine Glas, wo die Zuschauer kommen! Kann ich dir Ex jetzt mal das Ecke hochspicken? Ist nur ein bisschen was! Das ist wieder nicht! Ich kotze dich voll, Junge! Na, gerne! Hauptsache du Ex jetzt für die Leute! Du enttäuscht die Zuschauer! Junge, warte, 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 warte! Ich bin da wirklich ums Ekelhaft! Was soll denn die Scheiße? Übrigens! Die Gains bleiben trotzdem muuuu! Lachen! Es ist alles mit Motoren gespritzt! Sintol, Junge! Sintol, die Eichel! Link zum Wein, zum Sintol und zur Shisha in der Videobeschreibung! Oh neeeeee! Der Porto! Was? Was? Der Weiz! Der Weiz! Junge Schra... Jetzt nochmal! In der Hand! Ahhhh! Du, das ist so zu geil. Du, das ist so zu geil. Hey. Wer war das jetzt? Ich. Nicht mit Bernau, ich hab dir vorhin gesagt, ich will sowas nicht hören. Michael Braunau. Mehr Wein. Nimm doch noch mal einen Schluck zu die Fans. Für die Gang. Für die Gang. Jeder Mensch ist auch schon mal für die Gang. Wir nehmen Kudi in für die Gang. 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 Jeder weiß, dass ich schon mal saß für die Gegend. Meine Jungs bezahlen im Feuer ihre Bands. Ich war ja niemals in der Mensa. P6-Partys sind für mich Gang. Denn Kraftwerk Mitte ist der letzte Scheiß. Studierwohn und Arteum reich. P6-Partys. Bitte zu, jetzt raus. Raus, jetzt hier. Na mein Guter, was machen wir denn jetzt? Wenn wir noch einen Schilder drauf bekommen. Waren Worte, hier ist der Tabak. Den kriegst du aber erst, wenn du noch einen schönen Schluck Wein genommen hast. Pick dich da aber solle nicht, Scheiße Junge. Du sollst saufen über die Zuschauer. Du sollst saufen über die Zuschauer. Die Leute denken ja durch die Ex-Videos, dass ich das jeden Tag mache. Das stimmt aber nicht. Ich hab das jetzt nur drei Wochenende gemacht. Drei verfickte Wochenende nur für deine Scheiß-Klickzahlen. Das war aber immer... Damit du hoher und so was dran verdienst. Quatsch, Studi. Du wolltest nur, dass ich... Raus, jetzt hier aus dem Raum. Hier wird ein Video aufgezeichnet. Link zum Türstopper in der Beschreibung. Kann ich mal bitte die Tür zulassen? Mann. Mach das... Übrigens, die Gains, die bleiben trotzdem noch bestehend trotzdem den ganzen Such. Nein, die sind erst gekommen durch den Such. Warte, die Zuschauer so Müll einzugehen. Los, jetzt trink mal einen schönen Schluck Wein. Komm. Ja, okay, warte. Denkst du denn nicht, dass du das Ex-Videos für die Zuschauer hast? Bisschen? Das ist eh ein verfickter Schluck. Das Ding ist aber, das schmeckt so übelstreutig. Das ist halt das Ding. Nach einem Liter nicht mehr. Okay, für die Zuschauer. Aber hey, das ist das letzte Glas mal im Kopf. Ja, das ist das letzte Glas. Genieß es. Hier steht noch eine Zuhelflasche Brutagent. Jetzt auf dir mal den Wein. Du musst mit der Wein schon mal aufstehen lassen. Was soll ich denn nicht sagen? Ja, das ist es wert, denn so... Okay. Ähm, warte. Für die Gang. Für die Zuschauer. Für die Gains. 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 Ich distanziere mich mit dieser Äußerung. Ich hab das... Nee, jetzt los. Auf der Maus. Ist das ein Schwarzer? Nein. Das ist mein Weinsklave. Was hältst du von Codeine? Was hältst du eigentlich gerade? Rosé. Könnt ihr bitte mal den Raum verlassen jetzt? Ja. Bitte. Wein, der ballert schon seit einer halben Stunde bei mir. Die gammelige Mindestnahrung verschimmelt hier vor sich hin. Raus jetzt. Es geht nicht heiß. Schien und Tabak, aber... Könnt ihr nicht mehr die Tür zulassen? Ja, hier. Mach jetzt mal einen schönen Kopf. Alter. Der Kopf macht eh. Bist du eigentlich angeheitert? Ja, natürlich. Das ist dein scheiß Billigwein, den du mitgebracht hast. Das ist meine Weins. Roman, guck mal. Film die junge Dame. Ich finde nur das Gesäß der junge Dame. Das ist sehr stark. Vor... Wie lange ist das jetzt her? Wie war das? Ich hab das gerade nicht verstanden. Gesundheit. Jetzt sag's nochmal. Nies. Ja. Hier. Wenn wir jetzt auf mich stehen gucken. Nein. Jetzt gibt's erstmal schön was bei McDonalds nach dem Weinsaufen. Statement nahrungstechnischer Natur. Ist das so ein Kerl mit Schichtleitung? Äh... Naja, ich meine... Du bist ja ein Sportler, oder nicht? Ein Kampffrinder, ja. Was denkst du daran, wenn die ganze Kinder siehst da hinten? Junge, das Eis ist hart. Du hart mir noch nie. Was ist hart? Sag's dir mal für die Kamera los, die Fans wollen das hören, was hart ist. Zwei Auspuffroren unter mein Audi. Wir sind dem nächsten Brennpunkt angelangt. Zeig mal was du zu bieten hast, du Sau. Ja, los. Link in der Beschreibung. Jawohl. Erzähl mal was. Naja, was soll ich nicht erzählen? Ja, erzähl mal was über gesunde Ernährung und Sport. Von gesunde Ernährung und Sport halte ich nichts. Ja, Mann. Ja. So muss das, Alter. Hier wird schon die Cola eingesippt. Schau dir dann an das Kamel. Junge, Alter. Hier wird gezockt. Aua! 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 Mein Hundebein! Aua! Ich hasst aus. Hier wird gezockt, Alter, da drüben. Hier wird gezockt, dort wird gezockt. Schau dir dann an das Kamel. Aua! Aua! Und er kackt mich ab. Er hat jetzt einmal Statement zum Weinen gesaufen. Ich verstehe nicht, wie du das ganze Zeug nicht reinschütten kannst. Dass du wieder, ich habe solche Kopfschmerzen durch ein scheiß Weinen. Leute! Aua! Aua! Jawohl! 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 Morgen gibt es Wein auf deinen Nacken! Auf meinen Nacken! Ja, Mann! Das musst du verstehen, Alter. Das Geheimnis des Weinsaufens und keinen Karte bekommt, ist, du musst die sechs, sieben, acht Mal mit dem Viechenkarte nach durchstehen. Dann bist du ein richtiger Weinsäufer und dann hast du keine Karte mehr, Alter. Tipp an alle Zuschauer! Mua! Wie ich esse ja, aber mehr denn nicht. Ich will kein Wort sagen. Okay, okay, ich habe dich lieb. Ja, danke sehr. Du musst auch ein Star werden, Herr Guter. Ja, gut. Ciao. Peinste Speisen werden genossen zu später Stunde. Junge, jetzt will ich mal freispiele. Urteil mal bitte diese Mahlzeit. Uiuiui. Rein ins Maul, los ins Maul damit. Urteil du mal bitte die Mahlzeit. Einmal wieder freispielen! Ja! Urteil mal die Mahlzeit! Ich sag nichts dazu. Das dritte mal Freispiele! Das dritte mal Freispiele! Jawohl, Freispiele ist viel wichtiger als Nahrungsmittel. Das Spiel ist viel wichtiger als in der Augenblüte. Los jetzt hier, Sand mal richtig ab, da gibt es morgen Wein auf deinen Nacken. Meine Nacken, Wein. Durch die Zerrein bringt es auch noch ins Kopf. Oh Junge, Kopf. Regi, jetzt kommt. Oh, und 10. Und 20. Mit dem 1 ist es nicht. Oh, sie kommt. Oh, immer nur 2 von diesen verfickten Scheißdingern. Jawohl. Schon besser. Ja, die Scheiße. Es wird, es wird, es wird. Jetzt wird das Leergut gestohlen. Hier wird auch noch gezockt. Oh, irgendwie der Brennpunkt, wie er lebt und lebt. Oh, erstmal kurzer Vergleich mit meinem Kühlschrank, der grundsätzlich leer ist. Hier befinden sich nur Energydrinks, Butter, Marmelade, Cola und Soßen. Schau nicht nach Mehl. Ich distanziere mich mit der Säuserung. Wie zu Hause. Einfach nur schön. Aber das Beste, muss ich euch wirklich mal zeigen, das Nudellager, Alter. Das ist ein normaler Nudelvorrat. Aber das... Was? Hahahaha. 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 Hör mal der Echtgeld hier. Hör mal die Fenster zu Hause. Hör mal die Fenster zu Hause. Ui, für den Vlog. Los jetzt, Marvin. Gezeichnet. Hör mal die Scheiße, wie so bescheuert. Hör. Hahahaha. Schaut euch an das Ghetto. Zeit. Hahahaha. Übrigens alte Aufnahmen von Silvester 2013. In Tschechien. In Tschechien. In Tschechien hatte übrigens mein Bruder denselben Computer wie hier. Komm, Freispiele. Oh, fick dich doch. Endlich Freispiele von diesem Ehrenmann hier. Der hat sein ganzes Hartz-Vier verzockt. Was ist von Hartz-Vier? Ich kenne noch Hartz-Vier. Ja, die Küx hier spielen. Oh, jawoll. Das sind Ehrenwärter-Frei-Spiele. Wart's ab, Alter. Noch ein so'n verficktes Ausflug von Gladiatoren. Jawoll, Alter. Jawoll. Alter, das badert hoffentlich mal geschreien hier. Oh. Oh, nee. Wie ist mich schristen. Na. Komm, noch einer. Oh, so ein Mülf. Rastiklaus. Auf dem Scheiße, Alter. Ich kotze. Fick dich selbst. Na gut, 600. Was ist davon denn rein gekauft? Waaay. Warum brennt denn eigentlich hier der Aschenbecher, mein Guter? Weil der Herr Elias uns keine Shisha gibt. Das stimmt. Der gute Mann guckt sich hier die ganze Zeit Pornos an. Elias, warum kommst du eigentlich keine Shisha zustande? Na ja, die schwule Seite. Das ist wahr. Boah. Was sagst du dazu? Ist das eine hinreichende Erklärung? Hm. Loll. Das erklärt irgendwie immer noch nie, warum es hier loder. Lange Weile. Oh. Lange Glieder. Ich liebe dich, mein Guter. Du bist einer der besten Gastgeber, die es gibt. Aber solange wir nicht in der Wohnung grillen können, bist du nicht Platz 1 der besten Gastgeber. Da bin ich nicht auch zufrieden. Wir schaffen es innerhalb von einem Monat, dass du aus der Wohnung fliegst. Glaub mir. Der Junge da auch. Das Leben ist einfach nur schön. Ich werde jetzt gerne stark alkoholisiert. Und hätte gerne Shisha. Warte mal. Rein damit. Junge Apparett. Warst du schon in deinem Papier? Ne, hier ist noch was Feines. Das ist irgendwie. Hier nehmen wir gut. Rein damit. Immer rein ins Feuer. Es ist einfach nur entspannt. Ein schönes Feuerchen. Wohnzimmer. Junge. Es lodert. Es darf nicht zu groß werden. Es ist einfach nur prächtig, Alter. Immer noch schön. Wundervoll. Ja. Warum siehst du dir wie das ein Apparett an, du Sau? Du wirst niemals so ein Auto fahren. Was? Es muss leben. Ach so, ja. Es zerregt mich. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Nein. Mehr Feuer. So, ich werde jetzt diesen Schmutz hier beenden. Kommt gut nach Hause, mein Lieben. Man sauft nicht so viel Wein. Nein. Sag du mir noch was. Gute Nacht. Jetzt haben wir die Nacht durchgemacht erfolgreich. Es ist jetzt fünf vor sieben. Ich bin im Beutelfang. Steht nur vor einer verschlossenen Netto-Tür. Hier wird noch gewischt. Es ist einfach nur schön. Erzähl mir mal was, mein Schatz. Mir fehlen wirklich die Worte. Mir ehrlich gesagt auch. Es ist orange kalt draus. Es regnet jetzt sogar. Die ganze Nacht durchgemacht. Und es gab keine Shisha und kein Alk. Das ist wirklich traurig. Ah, oder? Nur Cola und Energydrinks. Das war ein halber. Na ja, wie soll ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Lifestyle eigentlich so schön ist. Doch. Ja? Auf jeden Fall. Wir könnten uns auch schlimmer haben. Und zwar können wir nicht hier den Boden durchwischen. So wie ist dann mal das Brett auf. Ich habe Hunger. Nee. Ja. Jetzt hängt das nicht durch. Oh, bitte jetzt nicht abstürzen. Fuck. Endlich sind wir drin. Sehr gut wird abgegeben. Es endet eine wundervolle Nacht. Das Leben ist einfach noch schön. Es ist genau um sieben früh. Und wir gehen sehr gut ab. Und wir gehen sehr gut ab. Und zwar ab. Ui. 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 Sie regiert. Und wir gehen nochyern. Und wir gehen jetzt mal raus. Und wenn, oder? Und wir gehen wieder mit der Wein. Wären wir da. Und wir gehen bis gleich. Und wir gehen mit der Weinethe. Und wir gehen. Es mundet. Das habe ich doch. Lieblicher Wein. 1,5 Liter. Für 1,49. So gefällt es mir schon besser. Sauf Bruder. Sauf zum frühen Morgen.